Ich bin hier beim Gym Wittchen oder auch als Sarah Natho bekannt. Sie ist in direkter Vorbereitung auf die Freie Classics. Da wird sie teilnehmen am 18. April. Und, wie stehen die Dinge? Sehr gut, stehen die Dinge. Bist du immer gut voll im Training? Ich sehe es immer. Du postest ja relativ viel auf Facebook. Auf jeden Fall. Ich bin nach wie vor dabei bei der Sache. Ich habe jetzt eine neue Vorbereiterin. Mit der komme ich ganz gut zurecht. Die Yvonne kennt eigentlich jeder. Sie begleitet mich auch in meinem Training. Es läuft eigentlich alles ganz gut. Ich bin auf jeden Fall bereit für die Freie Classic. Wie immer. Du weißt ja. Sowieso, ja. Immer volle Bulle geradeaus. So kennen wir dich. Und sie ist ja eine der jungen Damen, die in der Shape-Klasse oder Bikini-Shape, wie sie jetzt hier heißt, immer Fortschritte zeigt. Ich bin mal gespannt, was du da uns auf der Bühne zeigst bei der Freie Classics. Also da freue ich mich auch schon drauf, gell? Ich hoffe, du wirst den Süden gut vertreten. Auf jeden Fall, ja. Ja, ich freue mich drauf. Alles klar. Danke dir. Dankeschön. Danke dir.